Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Da kam gerade so eine Frau auf mich zu. Ja, genau die. Ich bin immer noch ein Werwolf. Oh nein, mich hat die gekocht. Da ist doch ein Vieh kommt, ey. Hast du mit der Ollen geredet? Ja. Das ist so, was wir machen müssen. Leute vom Wahnsinn retten. Ich suche Konservatorien. Da ist ein Südspitz und was ist da? Das ist was Neues. Ach. Zirkus. Ich hoffe, ein Zirkus war. Ich weiß nicht, warum. Komm, wir treten eine Freakshow bei. Wer selber ist. Die hat so ein normaler Böhmer genauso viel AP wie ein Krieger. Weil der verwirrt ist. Das gibt ihm Kraft. Ja, Daniel, der Wahnsinn. Der ist eine unglaubliche Macht. Er unterschätzt, ey. Ach. Können wir irgendein Geständnis aus einem von denen raus töten. Und die unterhält sich mit den Strohpuppen. So lange haben sie keinen Sex mehr. Ach, sie hat mich gesehen. Jetzt kann ich hier nicht rein. Meint ihr mich? Ich glaube, Daniel ist zu nah rangegangen. Warum hängen denn hier tote Vögel von der Decke? What? Kein Speer. Und ich hoffe, ein Hase von der... Das ist das Erste, was der Daniel sehen muss. Wie, wieso irgendwie... Obst du dich in den Zeilen? Hey, die hat doch keine Weile... Okay, dann, hey, das müsste doch gehen, oder? Ja, ich bin da Stufe 1, ist es deswegen... Ach so, okay. Phase 1. Also brauchst du da nicht mehr rein? Nö. So, ist doch schon eine Weile her, dass du was getrunken hast. Oh, ich benutze noch keine Vampirfähigkeiten im Moment. Äpfel. Oh, es geht. Eine Menge Leichen. Ist noch nicht Zeit fürs Bettchen, dann könnt ihr euch helfen. Was macht der denn? Er hat vorher... Ich glaube, der Buscher hätte jetzt mich mal sehen sollen, ey. Das ist ein Bär. Super, du hast super... Habst du... Ich glaube, der wird geheilt, oder was? Wo ist der hin? Vielen Dank. Jetzt kann ich diesen Altraum verlassen. Okay. Was ist dir gerade passiert? Das war die ganze Zeit ein Mensch. Ja, der war so verwirrt, dass er zu einem Bär geworden ist. Wie damals bei Pokémon. Wo alt? Als die Kinder hier sich für Pokémon gehalten haben, durch Hypno. Ach so, ja. Otto. Weiß nicht, wie ist das? Ja, und in Pokémon Sonne und Mond, da ist jetzt hier Rocko und Misty sind wieder da. Ja, ja. Die sehen voll scheiße aus. Ja, lass doch den braunen Asiaten. Das ist schon wieder in Mera, wey. Ich muss meine Ermaßt. Ich muss nachdem wie er da in Meraßt. Das ist schon wieder in Meraßt. Ich muss noch nicht in Meraßt. Wo muss ich da? Wo bist denn du? Ich bin ja entdeckt. Ist mir auch wieder so eine Gebenmütte oder was muss ich da? Gibt es eigentlich nur eine Ego-Perspektive oder Verlösen? Ich spiele... Verlösen. Du bist doch so ein Bär, Daniel. Nein, du bist so... Boah. Ja, du bist mit Bären abdenken. Mal gucken, was da am Schloss ist. Ist da eine Burg oder was soll ich machen? Da komm ich weit. Ja, den müssen wir auch noch machen. Das ist so schwer, oder? Jetzt lasst uns in mein Laboratorium gehen. Wir suchen diese Schriftrolle benötigen, um in die Tüter zu kommen. Ich muss noch irgendeine Olle hier noch suchen. Und hier ist noch ein Bär. Der war aber doch gerade. Ja, das sagt mir, dass ich hier hin muss. Was? Lenkt den Bären ab. Ja, die sind der Bären ab. Das heißt, wir wollen hier hin. Ja. Und hier sind die Ego-Jugger, Blablabla. Das hat immer noch ein Bären. Anhalten kommt dann mit dem Land heraus. und am Lägen-Tämpferen im Aktien. Oh so, oh, was? Das ist doch die Olle, die uns die ganze Zeit verfolgt. Geht zum Labor von Daran. Ja, das hab ich auch noch. Dass ich dir den Kopf abbeiße, dann bist du nicht mehr auf den Kopf. Was geht denn da ab? Ähm... Ich glaub, die Hütte ist verwirrt. Ach, die hat mich aus der Hütte rausgespissen. Was ist denn da rein? Oh, die Hütte nicht. Wie geht das? Aua! Alter! Da! Da kannst du gar nicht rein, Mann! Hier noch mal ein Blitz. Ich bin drin. Jetzt hat sich erst mal ein Blitz getroffen. Na, nein! Na, nein! Na, nein! Ja! Ja! Es sind einige Blitze! Schreie gleich Feuerrauch, ey! Ja! Ihr wollt mehr Blitze! Ich habe jede Menge davon! Auf die wird vom Blitz getroffen, oder? Das geht nicht? Oh, das ist wieder einer dieser hochpublikierten Türme! Ihr bekommt den Blit! Jetzt bekommt ihr den Blit! Das ist sowas von Bläh-Enel, Alter! Oh, besser! Was macht ihr hier? Oh mein Gott, das ist... Zeus! Guck dir den doch mal an! Mein Klee, ihr könnt uns wovon sprechen! Ihr habt absolut recht! Ich habe alle abgewiesen und sie hat dafür gehasst, dass sie mich zurückgelassen haben! Ja! Dani, die Ausracht! Ja! Ja! Wurde vom Blitz getroffen! Ich habe den da runtergeschossen! Mann! Das sah so behindert aus, ey! Ich habe irgendwie die Hand so zurückgenommen und dann den einfach geschifft und dann ist der viel zu weit rückwärts runtergeflogen! Jetzt liegt der da unten und ist tot! Ja, okay! Der ist voll steif gefallen, ey! Weil so man fällt... so man fällt... Wenn man irgendwo braucht... Bei mir wurde der vom Blitz getroffen! Das ist doch voll unlogisch! Der ist doch selber der Blitz! Hättest du dir mal den da runtergeschubst, dann... Der liegt jetzt da unten, ey! Ich glaube nicht, ob ich das überlebe! Genau hier liegt der da! Oder wo ist der? Hier wo die Skelettel sind, oder was? Das ist der! Genau da liegt er! Ja, hier sind immer alle Skelettel! Ja, ich weiß, und da ist er reingefallen! Oh... Irgendwie sind die immer noch alle wahnsinnig hier! Ah, heute gefälligst auf zu kämpfen, ihr Pisser! Das sah so behindert aus! Hättest du das mal gemacht, denn dann hättest du das im Video gehabt! Boah! Meine Reaktion war schon gut genug! Das sah so bescheuert aus! Gott, verdammt! Ich meine, das war so unspektakulär! Ich meine, das ist wie der Gott des Donners und wir schubst den einfach da runter, ey! Ich weiß nicht, was ich dann nicht für die Geist! Ich meine, das war so sehr, ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, was ich mich nicht an, oder? Ich weiß nicht, was ich nicht an, oder? Ich weiß nicht, was ich es nicht an, oder? Ich weiß nicht, was ich nicht an, oder? Ihr könnt mich nicht täuschen, ich weiß. Ja, jetzt müssen wir da rein. Das leuchtet irgendwie die Tür. Ja, ich glaub, das ist ein... Da kommt denn nach oben runter, ey, was? Da ist einer verloren Krieg. Du bist gestorben, der da. Ja. Ja, kein Spieler. Ja, so, so. Ich weiß nicht, da ist gerade einer runtergefallen und gestorben, ey. Ich glaub, die machen das, was ich gemacht hab. Die Tür sieht ja gar nicht so... Was? Posen. Da sind keine Poofs. Ich glaub, das hätten wir kacken. Wir waren halt Schwifty. Solo-Verlies. Ah. Blüm. Musst du mal die Fledermaus-Ultimate benutzen dann. Ja, ein Level noch. Ach so, hast du die noch nicht freigeschaltet? No. Ach so. Was hat die eigentlich für eine Fähigkeit? Ich glaub nicht genau. Heilt die dich? Flermaus-Ultimate? Ja. Nö, die tut Schaden machen. Oh. Ah, die kann man bestimmt dann verändern. Ich glaub, die heilt ja nicht drauf. Wegen die, die da leben. Durch die Tür. Er ist da. Wie seid ihr reingekommen? Geht nicht alleine sein. Dann kriegt ihr mich denn nicht, Bürgermeister auch nicht. Mach er nicht. Dank sein Glück. Hier wird hoch. Ich setz mich mal auf die Bank hier. Nach dem Motto, dann, ich sitz hier auf der scheiß Bank, während die da quatschen. Ja, macht ihr ruhig dieses ganze Sprechen und Zeugs und so. Ich hab ganzes. Ach, er schon, ja. Ja. Es, es tut mir verleihen wir uns woran. Ich dachte, ihr hättet mich verlassen. Auli, ich hab euch eine Zunge überlassen, die die Leute verrückt macht. Aber ich schätze, wenn ihr mein Geschenk nicht wollt, kann ich jetzt aus eurem Mund... Ja, her damit. ...einen sterblichen Lieblingsvolk schenken. Nein. Ich will sehen, seine Zunge aber nicht. Haha. Ich hatte doch alles. Ja. Alles in eurem Namen. Müsste ich nicht euer Liebling sein. Oh. Ah, aber was ist mit dir? Der Püte? Nein, nein. Ich will nicht. Es ist gut mit uns. Wir sind doch schon verliebt. Oh. Oh. Was wäre passiert, wenn ich am Ende des Raums standen würde? Ihr kommt endlich zur Besinnung. Wir sollen jetzt einmal vor. Jetzt sitze ich. Warte. 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 Was passiert? Ich hab drought. Warte. Warte. coeñ und gutter. Mensch. Dann zum nächsten Mal, uns imagine andere Herzens. Warte. Ihr lief. Warte. Warte. Z Truth in die Liebe 5, 20 zu ث TED. Warte. Untertitelung des ZDF, 2020